So, wir haben da ne Schatztruhe, da ne Schatztruhe, da nen Weg. Und fallen da wieder in die Falle rein. Der Ort gefällt mir gerade mal gar nicht. Ach, und hier ist keine Falle. Nein, natürlich, hier ist keine Falle. Natürlich nicht. Ein Zombie-Reiter. Bist du noch ne Gefahr? Bist du irgendwie noch ne Gefahr? Nö, nicht wirklich. Zack. Ich piekse dich. Und ich heile mein M.A. Heilung. Und. No, warum lebt der noch? Mann, no. Konter. Perfekt M.A. Gut. Wo wollen wir lang? Wir wollen hier hoch und... Äh, bitte keine Falle, bitte keine Falle, bitte keine Falle. Yes, ein Kraut. Das ist ne Falle. Oder ist das ne Falle? Ich weiß es grad nicht. Ein... Äh, wie hieß denn so? Waaack. Waaack. Ich mag den Namen. Waaack. Nimm das. Und Angriff. Okay, und auch wenn... ...da Fallengefahr besteht. Ich muss nachschauen. Es ist keine Falle. Kraut gefunden und ich wette, es ist dieser Weg. Aha. Ah, nein. Gnome. Oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Äh, du schützt dich lieber mal. Und. Ihr fress meinen Boomerang. 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 Tag. Auf M.A. Auf M.A. Ist klar. Ähm, du greifst an und dann nutze ich sogar Heilung 2. Das ist mir ja gerade mal so viel sicherer. Huh. Du. Gitter einer von... Es geht keiner von kaputt, ne? Auf M.A. Und auf Nina. Und ihr solltet jetzt eigentlich... Bitte kaputt gehen. Bitte, bitte, bitte. Bitte. Danke. Danke. Und. Yes. Alle drei kaputt. Huh. Nina Rechtsstufe 10. KP 7. MP6. Kraft 2. Wirklichkeit 2. Weisheit 2. Glück um 3 erhöht. Und jetzt bekommen wir es sogar schon mit drei Soldaten zu tun. Du kamst zur Rettung des Oberhauptes? Bringe mich nicht zum Lachen. Uh, shit. Ähm. Jetzt muss ich überlegen. Die Lanzenträger waren die, die weniger aushielten. Aber ich verpasse Nina erst mal trotzdem den Schutz. Ertner. Und. Bounce. 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 Gut. Auf M.A. Könnt ihr erst mal... Jawohl. Nina ist geschützt. Das macht nichts mehr. Und jetzt kann ich einen zweiten Angriff starten. Und M.A. Erst mal wieder auffallen. Hoch mit dir. Und. Oh, dieser... Aber irgendwie habe ich das Gefühl, zum Ende der Leiste hin, ist der Abstand, was die Zahl angeht, kleiner. Oder irre ich mich da irgendwie. Ähm. Was könntest du mal machen? Du könntest dich wieder heilen. Auch wenn es noch überhaupt nichts bringt. Und ein Mega-Heap. Die sollten jetzt alle kaputt sein. Zack. Naja, nicht ganz. Mann. Hör doch mal auf, auf meine Nina zu schießen. Die hat ja nichts getan. So. Wieder welche besiegt. Und. Du bist das Oberhaupt. Danke, dass du mich gerettet hast. Nimm dir Waffen, bevor wir verlassen. Willst du das... Hä? Folgt mir. Okay. Er führt uns. 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 Und das sieht total nach einer Falle aus. Gehe hier rein, bevor ich... Das ist ein Witz. Ihr seid reingefallen. Das war einfach. Poke hat einen leckeren Snack. Wer zur Hölle ist Poke? Poke ist ein zweikäufiger Drache. Oh mein Gott. Wieso sind wir drauf reingefallen? Äh, Schutz. Auf Emel. Härtner. Okay. Woki. Und, ähm... Du greifst an. Du nutzt Schutz auf dich. Härtner. Und... Okay, also es haben beide Köpfe verschiedene Elemente. So viel habe ich schon rausgefunden. Und was haben wir noch? Wir haben ein Item, was wir nutzen können. Wir haben den... E-Stein. Nein, nimm das. Nein, was soll das? Woki, warum habe ich jetzt mein Langschwert nicht ausgerüstet? Hätte ich das geahnt. Mann. Okay. So, wer hat es nötiger? Nina hat es nötiger. Heilung. Und es geht auf Emma. Warum auf Emma? Der hat euch nichts getan. Dann heilen wir jetzt Emma. Und in der nächsten Runde knüppeln wir mal ordentlich drauf. Wow, neun Schaden. Oh nein. Und wenn ich ehrlich bin, eigentlich könnte ich ins Autobattle umsteigen. Also so gefährlich ist der Kampf jetzt nicht hier. Da. Der macht Schaden. Der macht auch. Ach, gut. Oder ich probiere mal den Erdenschlüssel aus. Ich weiß nicht, ob ich den behalte. Ich will ihn nicht nutzen. Sag. Sag. Also ich würde ihn schon gerne nutzen, aber wenn das jetzt so ein Mega-Item ist, was Booms macht, dann ist es weg. Dann ärgere ich mich. Dann beiße ich mir doch so in den Arsch. Okay. Und in dieser Runde sollte Woki in seine... Ich überlebe, obwohl meine Leiste leer ist, Phase sprengen. Da. Woki ist wieder aufgestanden. Okay, Woki. Du willst es so. Nein, Woki. Das ist nicht nett. Das ist gar nicht nett. Konter. Und... Gleich normalen Angriff hinterher. Nina. Todesstoß. Nein, kein Todesstoß. Ah, Nina. Was kannst du eigentlich? Wir heilen nochmal. Wir heilen Emma. Weil Emma gerade ein bisschen schlecht dasteht mit seinen... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Todes. Yes. 1400 EP. 800 Goldmünzen. NRA Stufe 12. KP um 7. MP um 3. Stärke um 5. Kraft um 2. Beweglichkeit 3. Weisheit 3. Und Glück um 3 erhöht. Pog, was ist passiert? Du kommst damit nicht davon, Krieger. Und da ist ein Bogen. Was? Bo? Das bedeutet Arbeit. Oder wir bedeuten Arbeit oder sowas. Ui, wir haben einen neuen. Ähm. Ich kam von hinten und rettete das Oberhalb, weil während du sie beschäftigt gehalten hast. Du willst kämpfen? Lass uns gehen. Du und ich. Oh mein Gott. Noch ein Bosskampf. General. Ähm. Der gefällt mir nicht. Der gefällt mir nicht. Der gefällt mir nicht. Ich schütze erstmal Nina. Was kannst du? Flackern, Blitz, Kälte, Frost, Flamme, Grill. Wollen wir ihn grillen? Wer wollen ihn grillen? Herdner. Uh, shit. Auf den General. Und was macht... Ich hab doch Grillen. Oh mein Gott. Bo, du gefällst mir richtig gut. Wenn ich das mal so sagen darf. Grillen wir nochmal? Wir grillen ihn nochmal. Amai kriegt auf die Fresse und feiert zurück und grillen wir nochmal. Pssst. Und arg. Okay. Wir haben den zweiten Boss gleich schon erledigt. Und Amai kriegt nochmal auf die Nase und wehrt sich gleich. Und Bo ist ein Bogenschützer. Wie einfallsreich. Mal sehen. Amai greift an. Nina heilt Amai wieder. Und Bo greift auch an. Hallo. Und oh no's. Bounce. Würdest du bitte kaputt gehen? Autobattle. Oh no's. Warum geht er immer auf Amai? Das ist doch nicht fair. So, 1443 EP und 360 Goldmünzen erhalten.